So schlau ist Ihr Kopf nun wieder nicht. Sie soll nicht widersprechen. Ich sehe es Ihrem Gesicht an, dass Sie widersprechen wollten. Mund halten. Sehen Sie mir in die Augen. Ich gebe Ihnen einen Nasenstüber, wenn es mir Spaß macht. Und wenn ich Lust dazu habe, verdrehe ich Ihnen den Kopf. Mariska. Zu Befehl. Hast du mir den Besen weggenommen? Warum sollte ich? Dabei habe ich mich nur für eine Sekunde umgedreht. Weshalb stehen Sie hier herum? Ich habe aufgeräumt. Und zwar Ihre Kajüte. Sonst noch Wünsche? Ich möchte nach oben gehen. Bitte sehr. Nicht mal Danke sagen kann er. Aufgeräumt. Das ist der Gipfel. Einen Augenblick bitte, Kapitän. Ja, was ist? Was haben Sie denn hier angestellt? Eigentlich wollte ich mich ja nicht beschweren, aber... Gesundheit. Vielen Dank. Aber jetzt ist meine Geduld zu Ende, Kapitän. Entweder das Mädchen geht oder ich gehe.